Im Rahmen einer S&D-Delegation nach Bangladesch im März konnte ich mir selbst ein Bild davon machen, dass sich die Arbeitsbedingungen in den Textil- und Schuhfabriken nur in den baulichen Standards wesentlich verbessert haben. Noch Ende 2016 wurden Gewerkschafter kurzfristig inhaftiert und die Standards der internationalen Arbeitsorganisationen werden noch immer verletzt. Unsere S&D-Delegation hat vor Ort die Umsetzung dieser Standards gefordert und damit die Kommunikation der Kommission hier bestens ergänzt. Ich begrüße natürlich den Nachhaltigkeitspakt und bin selber auf das Ergebnis des morgigen Treffens sehr gespannt. Vor allem interessiert mich die Frage, wie die Kommission als Mitunterzeichner des Pakts weiter zu seiner Umsetzung beitragen wird. Ich weise die Kommission erneut auf den Ende April verabschiedeten Initiativbericht des Parlaments zu den Lieferketten in der Bekleidungsbranche hin. In diesem Bericht fordert das Europäische Parlament von der Kommission einen Gesetzesvorschlag, der endlich die verbindliche Einhaltung der Sorgfaltspflichten entlang der Lieferkette festlegt. Diese Gesetzesinitiative könnte zusätzlich zum Nachhaltigkeitspakt zu besseren Arbeitsbedingungen in den produzierenden Ländern inklusive Bangladesch beitragen.